Im Keller. Ein nüchterner und zugleich ergreifender Bericht über die Entführung und Befreiung Jan Philipp Rehmsmaß im Jahr 1996. Das unter Federführung des Norddeutschen Rundfunks entstandene Radiostück wurde als Hörspiel des Monats April 1998 und als Hörspiel des Jahres 1998 ausgezeichnet. Die Jury urteilte, ein literarisches Hörspiel streng ohne Metzchen und gerade deshalb zutiefst bewegend. Im Keller. Von Jan Philipp Rehmsma. Funkbearbeitung Charlotte Dreefs-Bernstein. Regie Ulrich Geert. Warum mit diesem Text noch einmal das Gesicht zeigen? Diesmal in Worten, diesmal freiwillig. Einmal eben darum, weil es bereits in der Öffentlichkeit ist. Weil meine Geschichte schon überall kursiert, weil sie schon wenige Stunden nach meiner Freilassung öffentlicher Besitz geworden ist, sodass ich sie mir nicht nur für mich selbst, das ist der Grund, warum ich sofort nach meiner Freilassung begonnen habe, die Geschichte aufzuschreiben, sondern auch in der Öffentlichkeit wieder aneignen will. Es ist leichter, sich mit allerlei missbräuchlichen Aneignungen abzufinden, wenn es irgendwo den eigenen Text gibt, auf den man dann zeigen kann. Eine Entführung. Eine Zeit außerhalb aller anderen sozialen Kontakte als der Antisozialen mit den Entführern ist eine Zeit aufgezwungener Intimität. Man lernt einander kennen. Wenig, aber doch ein wenig. All das innerhalb eines extremen Machtgefälles, absolute Macht dort, absolute Ohnmacht hier, das lässt man nicht im Keller zurück. Denn den Keller lässt man nicht zurück. Der Keller wird in meinem Leben bleiben, aber so wenig wie möglich von der mir in diesem Keller aufgezwungenen Intimität soll in meinem Leben bleiben. Das einzige Mittel gegen ungewollte Intimität ist Veröffentlichung. Das Ziel dieses Textes, eine mir aufgezwungene Intimität zu zerstören, nötigt mich nicht nur dazu, so ehrlich zu sein, wie ich es vermag, es bringt mich auch in eine Situation, die ich unter anderen Umständen als beinahe exhibitionistisch empfinden würde. Es schien mir aber hilfreich, mich in der dritten Person singular darzustellen. Peinliches hat sich auf diese Weise leichter sagen lassen. Auch passt diese Stilfigur zu der Tatsache, dass es keine Ich-Kontinuität von meinem Schreibtisch zu dem Keller gibt, von dem ich zu schreiben haben werde. Aus der Welt werden wir nicht fallen, wir sind einmal darin. Es war etwa 20.30 Uhr, es hatte ein kurzer, ruhiger Abend werden sollen. Am nächsten Tag wollte er seinen Vortrag beenden und er wollte um halb acht am Schreibtisch sitzen. Er hatte vor, früh ins Bett zu gehen. Die letzten Meter vor seiner Haustür waren wie eine Falle. Der Zugang schmal, rechts und links hüfthohe Mauern, links hinter der Mauer ging es zwei Meter abwärts, rechts waren die Rhododendren. Der Mann, der da jetzt vor ihm stand, war groß, breitschultrig, etwa so groß wie er selbst, vielleicht größer, ich weiß es nicht. Ich sehe nur noch die Maske vor mir, eine schwarze Maske, die nur die Augen frei lässt. Unmöglich umzudrehen und zu fliehen, er griff an. Sein rechter Daumen war am linken Auge des Maskierten und blieb nahe dem unteren Augenlid an der Maske hängen. Vielleicht war die Hemmung, den Daumen durch das Auge in den Kopf zu drücken, doch zu stark. Oder es war nur der Hieb an seinen Kopf, der ihn herumriss, er fiel auf die Knie, die Brille flog auf die Steine. Jemand, es war ein Zweiter aus dem Rhododendron aufgetaucht, nahm seinen Kopf und schlug ihn gegen die Mauer. Als sein Kopf gegen die Wand geschlagen wurde, sah er darin einen hellen Blitz, wie eine gezeichnete Explosion, in einem Comic vielleicht, sternförmig, gezackt, bunt, hell, gar nicht, grell, kein Schmerz, worüber er sich wunderte war, dass man seinen Kopf nicht stärker gegen die Mauer geschlagen hatte, sie hätten ihm den Schädel zertrümmern können. Er wurde hochgerissen, hörte, du nicht wehren, nichts passiert. Da wickelten sie schon irgendein Klebeband um seinen Kopf, um ihm die Augen zu verschließen. Nicht sehr sorgfältig übrigens, er konnte nach unten sehen. Klebeband auch um seinen Mund. Er konnte nicht mehr atmen. Die Nase war durch den Schlag gegen die Mauer in Sekundenschnelle zugeschwollen. Erst später wurde ihm deutlich, als es dann viele Tage dauerte, bis die Schwellung zurückgegangen war, was er übrigens nie als Problem empfand, eher als physisch erlebbare Beglaubigung der sonst so ungreifbaren Tatsache, dass man ihn aus seinem Leben geschlagen hatte. Er hatte panische Angst zu ersticken, versuchte ein Luft, Luft, bis ihm einer den Mund öffnete, mit behandschuhtem Finger eine Öffnung zwischen Unterlippe und Klebeband machte und ihn atmen ließ. Sie fesselten ihm die Hände mit Handschellen hinter dem Rücken. Da der Weg bergab ging, konnte er ein wenig nach vorne sehen. Er sah, dass derjenige, der voranging, etwas trug, was er Maschinenpistole genannt hätte, der Fachmann aber Kalaschnikow oder Gewehr. Den Weg eine Strecke von fünf bis acht Minuten gingen sie zügig, aber durchaus nicht schnell. Der Mann mit der Kalaschnikow voraus, der andere führte ihn am rechten Arm und an den auf den Rücken gefesselten Händen. Er bemühte sich, so zu gehen, als sähe er nichts. Die Handschellen schnitten in die Gelenke, besonders schmerzhaft an der rechten Hand. Sie drückten unmittelbar oberhalb des rechten Handgelenks auf Elle und Speiche, scheuerten die eine Seite blutig und quetschten auf der anderen einen Nerv, sodass sich sein rechter Daumen und Handballen noch monatelang taub anfühlen würden. Sie blieben stehen, waren oberhalb der Straße, die hier von der Elbe aus den Berg hinaufführt. Er dachte, man wolle ein Auto, das er kommen hörte, vorbeifahren lassen, aber das Auto hielt an. Einige Meter hang abwärts, dann waren sie auf der Straße. Er musste durch die Hecktür einsteigen und sich hinlegen, dann fuhren sie los. Immer wieder musste er sich sagen, das ist die Wirklichkeit, das passiert wirklich. Angst wurde abgelöst von einer diffusen Verzweiflung bei dem Gedanken daran, dass ihn seine Frau irgendwann in der Nacht suchen würde. Wann würde sie Verdacht schöpfen? Wann würde der Verdacht Gewissheit werden? Und die Gedanken wurden immer wieder beiseite gedrängt durch die stechenden Schmerzen im Gelenk der rechten Hand und die verkrampfte Haltung, in der er lag. Die meiste Zeit fuhren sie über eine Autobahn. Autobahnabfahrt, ein wenig Landstraße wie ihm schien, dann den Weg, halten. Die Tür wurde geöffnet, man ließ ihn aussteigen. Sie betraten ein Haus. Eine Stufe hoch, ein Innenraum, beleuchtet, eine Tür, eine Treppe hinunter, Holzstufen. Er schloss die Augen, er hatte Angst, man könne bemerken, dass er ein wenig sehen konnte, wenn er die Füße zu sich ersetzte. Die Treppe war eine halbe Wendeltreppe. Er tat so, als habe er das nicht bemerkt, ließ sich führen. Eine Tür, ein Raum, er machte die Augen wieder auf und sah am Boden eine Matratze, eine an der Wand befestigte Kette. Die Handschellen wurden aufgeschlossen und abgenommen, man zog ihm Jacke, Pullover, Hemd und Hose aus. Die Unterhose durfte er anbehalten. Man hatte nicht die Absicht, ihn zu demütigen, stellte er fest und war erleichtert. Die Schuhe wurden ihm abgenommen, die Strümpfe durfte er behalten. Die Uhr und seine Lesebrille samt Etui nahmen sie ihm ab. Etwas wie ein Pullover und eine Hose wurden ihm übergestreift. Später sah er, dass es sich um einen grauen Trainingsanzug mit rotem Aufdruck handelte. Er musste sich auf einen Stuhl setzen. Die Kette wurde um seinen rechten Fußknöchel geschlungen und mit einem kleinen Vorhängeschloss gesichert. Einer löste das Klebeband von seinem Mund und etwas von dem um seine Augen. Man bedeutete ihm irgendwie, er könne es ganz ablösen, wenn er allein sei. Die Tür wurde abgeschlossen. Er zog das Klebeband vom Kopf ab, sah sich um. Ein weiß verputzter Raum, etwa dreimal vier Meter, niedrig, knapp über zwei Meter. Ein Kellerraum, wohl. Zwei Fenster mit Platten verkleidet, ein Tisch, ein Stuhl, beide aus Plastik, dunkelgrau-blau, eine Schaumgummimatratze mit Laken und Bettzeug, hellblau, eine Campingtoilette, ein Papierkorb, eine Plastikwanne mit Wasser, neben der Tür ein Heizkörper mit einer Spanplatte verkleidet, in der Tür unmittelbar über dem Boden ein vielleicht 30 Zentimeter langer Spalt ausgesägt, durch den ein unsichtbares, aber akustisch sehr vernehmliches Gebläse Luft in den Raum blies. An der Decke eine nackte Glühbirne, die nicht brannte. Auf dem Tisch Flaschen mit Wasser, Evian, zwei Campingleuchten, eine von die einzige Lichtquelle, Pappteller, Plastikbesteck, ein Plastikschwamm, Zahnbürste und Zahnpasta, perlweiß, Seife, Fahr, Klopapier, Schreibpapier, ein Kugelschreiber, ein Blatt getipptes, außerdem eine Gebrauchsanweisung für die Toilette. Das Getippte konnte er ohne Brille kaum lesen, die Gebrauchsanweisung gar nicht. Die Anweisung der Kidnapper war in Großbuchstaben geschrieben, auf einer elektrischen wahrscheinlich Typenradschreibmaschine. Wir haben sie entführt und verlangen für ihre Freilassung ein Lösegeld von 20 Millionen. Je besser sie mit uns zusammenarbeiten, desto eher sind sie wieder frei, versuchen sie nicht zu fliehen, da es sinnlos ist und ihre Haftbedingungen unerträglich machen würde, schreiben sie die Namen und Telefonnummern auf, die für uns wichtig sind, Verwandte, Hausmeister, Vermögensverwalter. Sie werden morgens und abends zu essen bekommen, dann können sie Mitteilungen und Wünsche schriftlich äußern. Um einen Selbstmord zu verhindern, haben wir das Licht abgestellt. Wenn wir an die Tür klopfen, legen sie sich auf den Bauch, Kopf auf die Matratze, drei Ausrufezeichen, benutzen sie die Toilette nur für Fäkalien, drei Ausrufezeichen. Er hatte entsetzliche Angst und war gleichzeitig erleichtert. Es war passiert. Er wusste jetzt, was es war. Eine Entführung. Aber zunächst wusch er sich. Das Wasser war lauwarm und wurde sofort hellrot. Er hatte nicht geglaubt, so blutverschmiert zu sein. Sein Leben war bedroht, aber er hatte eine Chance, die Angelegenheit zu überleben. Zunächst jedenfalls würde man ihn am Leben lassen. Man brauchte Informationen von ihm. Man würde ihn als Briefschreiber brauchen. Als jemanden, dessen Existenz immer mal wieder würde nachgewiesen sein müssen. Er setzte sich hin und schrieb Namen und die Telefonnummer seiner Frau und seines Büros auf, dann auf einem separaten Zettel, dass er seine Lesebrille brauche und wohl auch gleich, ich weiß nicht mehr, die Bitte, um etwas zu lesen. Es war jetzt vielleicht elf Uhr nachts, irgendwann sollte er schlafen. Er konnte sich nicht wie vorgesehen hinlegen, die Kette war zu kurz. Er legte das Kopfkissen an das Fußende der Matratze. Er dachte an seine Frau. Was würde sie vor der Haustür finden? Die Brille? Oder hatten die Entführer sie mitgenommen? Aber wenn seine Frau die Brille vor der Haustür fände, wüsste sie gleich Bescheid. Wie würde sie es seinem Sohn sagen? Er nahm sich vor, nicht zu weinen. Er hätte es gern getan, hat aber die Sorge dann irgendwie von den eigenen Tränen weggeschwemmt zu werden, die nötige Contenance nicht mehr finden zu können. Er hatte keine Ahnung, was er sich würde zutrauen können. Auf einmal fiel ihm ein, dass er gar nicht wusste, wo er war. Er wusste nicht einmal die Himmelsrichtung, in die sie gefahren waren. Wann geschieht einem das, dass man nicht einmal ungefähr weiß, in welchem Teil eines Landes man sich befindet. Dass alle, die in der nächsten Zeit an ihn denken würden, diesen Gedanken mit keinem Ort würden verbinden können. Er war einfach weg. Weg. Als sein Sohn Johann noch klein gewesen war, hatte er für runterfallen, wegfallen gesagt. Das war immer recht eindrücklich gewesen. Oh, weggefallen. Jetzt war er, der Vater, irgendwie weggefallen. Dieses Gefühl, weggefallen zu sein, war schlimmer noch, als die andauernde Todesangst in den nächsten 33 Tagen des Beherrschende. Weggefallen zu sein, irgendwie aus der Welt. Für das, was andere hatten erleben müssen, habe ich mehrfach die Metapher aus der Welt fallen gewählt. Und auf unangenehm, unmittelbare Weise lernte er jetzt, dass die Metapher sehr präzise das Gefühl enthielt, das von nun an für die gesamte Zeit von ihm Besitz ergreif. Ich war auf die Metapher zuerst in Sigmund Freuds Abhandlung über das Unbehagen in der Kultur gestoßen. Dort, wo Freud über das Gefühl eines sicheren Aufgehobenseins in der Welt spricht, das manche Menschen kennen und zu den höchsten Glücksgefühlen zählen. Ein ozeanisches Gefühl. Also ein Gefühl der unauflösbaren Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit mit dem Ganzen der Außenwelt. Der Dichter Grabe gibt es einem Helden im Hannibal als Trost vor dem freigewählten Tod mit. Ja, aus der Welt werden wir nicht fallen, wir sind einmal darin. Aber ich glaube, es handelt sich um eines jener vagabundierenden Zitate, die im Grunde keinen individuellen Ursprung haben, weil der in ihm ausgedrückte Wunsch ubiquitär ist. Man findet es auch in einem Kinderbuch, das ich meinem Sohn oft vorgelesen hatte, in Barbro Lindgren Enskogs, das wilde Hänschen und sein Hund, Deutsch von James Criss. Das wilde Hänschen fliegt auf seinem Stoffhund mit allen seinen anderen Stofftieren durch den Weltraum. Beim Fliegen aber fällt die Maus Uwe aus ihrem Pulk heraus. Man ruft, man fragt, was ist zu tun, fällt sie ins Bodenlose nun? Da sagt das wilde Hänschen, dies Mäuslein lieb und rund, fällt stets hinab von irgendwas, warum nicht auch vom Hund? Beruhigt euch und wartet, bis dass es fertig fällt. Denn niemand fällt ins Nirgendwo und nichts fällt aus der Welt. Die Tröstungen dieser Welt sind die Hohlformen, in denen die Ängste aufbewahrt werden. Er war plötzlich aus der Welt gefallen, genauer geschlagen worden. In der ersten Nacht hatte er ein bemerkenswertes Erlebnis. Er hatte die Nachricht der Entführer gelesen und schriftlich auf die Fragen nach Adresse und Telefonnummer seiner Frau und seiner Vermögensverwaltung geantwortet. Die Frage nach dem Hausmeister hatte er nicht beantwortet, da es diesen Hausmeister nicht gab. Er versuchte zu schlafen, da fiel ihm ein, dass es vielleicht gut wäre, noch eine Erläuterung hinzuzufügen. Also schrieb er, es gebe einen Gärtner, der vor einem halben Jahr pensioniert worden sei und einen jungen Nachfolger. In beiden Fällen sei es sinnlos, sich an diese Personen zu wenden, weil sie sofort seine Frau und sein Büro benachrichtigen und um Anweisungen bitten würden. Als er diese paar Sätze geschrieben hatte, traten der Schock, die Angst und die Verzweiflung in den Hintergrund. Es stimmte ihn fast euphorisch, ein paar Sätze geschrieben zu haben, die ihm nicht vorgeschrieben waren. So lächerlich gering das erscheint, er war damit doch aus der totalen Passivität und Überwältigung herausgetreten. Nicht etwas wirklich Bedeutsames getan zu haben, sondern überhaupt etwas getan zu haben, war für den plötzlichen Stimmungsumschwung verantwortlich. Das Heraustreten aus der Emanenz. Er hatte sich das Gefühl, ein Ich zu sein, wiederbeschafft. Er schlief ein. Später blieb er zuweilen ganze Nächte wach, aber an diesem ersten Abend schlief er bald ein. Ich erinnere mich nicht daran, dass er träumte. In späteren Nächten gab es einige Träume, fast alle freundlicher Natur. Keiner stellte das Geschehen nach. In einem hatte es eine Entführung gegeben, aber da konnte er fliehen und auch noch andere befreien. Keinerlei Triumphalismus in diesem Traum, nur eine ruhige Umsetzung des Wunsches. Sein Unterbewusstes war freundlich zu ihm, ähnlich wie sein Körper. Er erkältete sich nicht, obwohl ihm von dem ausgesägten Spalt unter der Tür her der Ventilator dauernd ins Gesicht blies, wenn er auf der Matratze lag. Er stellte die Waschwanne so, dass sie eine Art Regler für die Kaltluftzufuhr wurde. Die Angstattacken schlugen ihm nur mäßig auf den Magen. Er wachte oft auf in der Nacht. Es war dunkler in diesem Keller als alle Dunkelheiten, die er bisher kennengelernt hatte. Es war vollständig dunkel. Von nirgends her kam ein noch so winziger Lichtstreifen und es blieb so, wenn er das künstliche Licht löschte ob Tag, ob Nacht. Worauf er nicht gefasst war, diese Dunkelheit nahm ihm die Luft. Sie war körperlich zu spüren. Mir fällt kein anderes Wort ein als dick. Er hatte Schwierigkeiten zu atmen, das Gefühl zu ertrinken, das Bedürfnis um sich zu schlagen. Glücklicherweise hatte er die eine der Campingleuchten in Reichweite aufgestellt. Mit dem Licht ging die Panik zurück. Er schlief wieder ein, wachte wieder auf, schlief wieder ein. Am nächsten Morgen klopfte es und in ihm krampfte sich alles zusammen vor Angst. Aber es begann nur das, was er als tägliches Ritual kennenlernen würde. Er lag wie vorgeschrieben, den Kopf auf die Matratze gedrückt, die Hände links und rechts des Kopfes, Genickschussstellung, fiel ihm ein, die Tür wurde geöffnet, Schritte, etwas wurde auf den Tisch gestellt, Schritte, jemand trug die Waschwanne hinaus. Und seine handschriftlichen Mitteilungen wurden mitgenommen. Er hörte das Wort Brille. Die Tür wurde geschlossen, kurze Zeit später erneutes Klopfen, die Wanne wurde wieder hereingebracht, mit frischem Wasser gefüllt, und mit der Wanne wurde ihm ein Exemplar des Spiegel vom Montag gebracht und seine beiden Brillen, was einem da so durch den Kopf geht. Er beglückwünschte sich dazu, am Montag den Spiegel nur überflogen zu haben. Dann die Brille. Sie hatten sie mitgenommen. Also hatte er keine Spur hinterlassen. Er stand auf, wusch sich, beziehungsweise erneuerte zunächst das Wasser in den zwei Reserveflaschen. Er hatte immer zwei, drei oder vier Plastikflaschen mit Trinkwasser zur Verfügung. Zwei leere hatte er aufbewahrt und füllte sie mit Wasser aus der Waschwanne, um so, sollte es nötig sein, drei weitere Liter zur Verfügung zu haben. Dann schöpfte er Wasser zum Zähneputzen in den Plastikbecher, den man ihm gegeben hatte. Schließlich wusch er sich mit einem Fuß in der Wanne stehend, der andere, da er wegen der Kette den Trainingsanzug nicht ganz abstreifen konnte, daneben. Er hatte keinen Hunger. Den ersten Tag fast nichts gegessen, die anderen Tage wenig. Meist gab es belegte Brote, Schwarzbrot, Graubrot. Darauf mal Schinken, mal Wurst oder Käse, Marmelade, Quarktomaten. Einmal gab es ein paniertes Schnitzel vom Imbiss, einmal ein halbes Hähnchen, zweimal versalzene Ravioli, zweimal Linsensuppe, zweimal Nudelsuppe, jeweils aufgewärmte Doseninhalte. Am ersten Tag gab man ihm Spaghetti mit einer recht grässlichen Thunfischsoße, so fett, dass man ihm ein Glas Wein dazu brachte. Von dieser Ausnahme abgesehen, gab es Wasser in Plastikflaschen, später zusätzlich auch Haarmilch. Einmal entschuldigte sich derjenige, der Entführer, mit dem er in den 33 Tagen zuweilen Gelegenheit hatte, zu sprechen, und zwar auf Englisch, weshalb er ihn bei sich den Engländer nannte, Er nutzte übrigens die Entschuldigung des Engländers, indem er hinzufügte, »Some Fruits would be nice«. Von da an erhielt er immer mal wieder einen Apfel, eine Banane. Irgendwer mochte gern Erdbeeren. Es war noch früh im Jahr und stellte ihm immer auf den Tisch, was er im Schälchen übrig gelassen hatte. Zu dem Obst kamen Fruchtsäfte in, das war das Entscheidende, Glasflaschen. Damit hatte er zum ersten Mal anderes Material zur Hand als Papier und Plastik. Material, an das sich Ausbruchsfantasien knüpfen ließen. Er trank wenig. Einmal, weil ihm einfach überhaupt nicht danach war, etwas zu sich zu nehmen, zum anderen hatte er ständig Angst, im Keller zurückgelassen zu werden und zu verdursten, und er wollte sparen. Das führte nach wenigen Tagen zu Nierenschmerzen. Von da an achtete er darauf, regelmäßig und genug Wasser zu trinken. Als man ihm zusätzlich zu dem Wasser aus den Plastikflaschen Saft aus Glasflaschen brachte, stellte er eine Leere beiseite. Einen Tag ließ man sie stehen, dann, nach einem Gespräch mit dem Engländer, war sie weg. Die nächste versteckte er unter den alten Zeitungen, die nicht weggeräumt wurden. Er brachte es mit der Zeit auf drei Glasflaschen. Eine geeignete Scherbe würde er im Fall des Scheiterns zurückbehalten, um sich zu töten. Er bat mehrfach, ihm die Uhr zurückzugeben, und es war wohl auch anlässlich einer solchen Bitte, dass er gefragt wurde, »Do you speak English?« »Yes, of course.« Und so spielte sich das Sprechen im Keller auf Englisch ab. Und so sagte ihm denn diese englische Stimme, man werde ihm die Uhr in zwei Tagen zurückgeben. »You have to lose your sense of time.« Zwei Tage später hieß es, er werde morgen seine Uhr zurückbekommen. Ich weiß, wie sehr eine Uhr hilft, man teilt den Tag ein und damit das Problem, dass sie nichts weiter besteht als in der bevorstehenden Zeit. Man portioniert, von dann bis dann mache ich dies, dann das, man kann seine Kräfte konzentrieren und Stunde um Stunde bewältigen. Ohne Uhr treibt man wie in einem Meer von Zeit ohne Ufer. Man wird schwimmen, solange die Kräfte reichen und weiß doch, dass man nirgendwo hinkommt und irgendwann untergehen wird. Als er die Uhr wiederbekam, bedankte er sich schriftlich und bestätigte. »You were right. It doesn't help much.« Wahrheit ist etwas anderes, aber er wollte die Uhr als eventuelles Sanktionsmittel möglichst neutralisieren. Sie ist eines der Hilfsmittel, mit denen man Kontakt zur Welt hält. Es klopfte. Er legte sich wie vorgeschrieben den Kopf auf die Matratze. Man bedeutete ihm aufzustehen. Ohne Befehl hielt er die Augen geschlossen. Ob man das von ihm erwartete, weiß ich nicht. Er hielt es für geboten. Er musste sich auf den Stuhl setzen. Papier wurde ihm in die Hände gegeben. Ein inneres Bild ging an. Schleier. Es war eine Zeitung. Er saß, hielt die Zeitung ausgebreitet. Ein Blitz das Geräusch einer Polaroid-Kamera, noch ein Blitz wieder das Geräusch des Bildes. Er sah weder den wahrscheinlich maskierten Fotografen, noch den, der wahrscheinlich ebenfalls maskiert, neben ihm stand und die Kalaschnikow auf ihn richtete. Wie das Foto aussah, ahnte er nicht. Zurück blieb die Bild-Zeitung mit der Schlagzeile »Schaut her, wie glücklich sie sind« und dem Foto Gerhard Schröders und seiner neuen Geliebten einer Fokus-Redakteurin. Und der Fokus. Nun hatte er drei Zeitungen. Er erinnerte sich an das, was ihm ein ehemaliger Mitarbeiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung von seiner Zeit in Abschiebehaft erzählt hatte. Dann fand ich per Zufall eine Zeitung, anschließend habe ich den Rekord im langsamen Lesen gebrochen. Zurück blieb auch eine schriftliche Anweisung, er solle einen Brief schreiben und die Bereitstellung des Lösegeldes veranlassen. Er richtete den Brief an seine Frau, den Leiter seines Hamburger Büros und seinen Anwalt. »Liebe Kathrin, lieber Herr Fritzenwalder, lieber Joachim Kersten, ich bin entführt worden. Die Lösegeldforderung beträgt 20 Millionen. Ich bitte, die Summe auszuzahlen, und den Forderungen gemäß zu übergeben. Es geht mir den Umständen entsprechend gut. Ich bitte, alles zu unternehmen, damit ich bald hier herauskomme.« Er fügte ein PS an, an seine Frau und seinen Sohn. »Liebe Kathrin, lieber Johann, ich liebe euch, nehmt euch zusammen, ich tue es auch. Versprochen? Dann begann er zu warten. Es geschah nichts. Sie holten den Brief nicht ab. Zeit verginge, konnte sie nicht messen. Er machte Vorgaben, ich habe mich geirrt, es sind vielleicht erst zwei Stunden vergangen. In sein Gefühl sagte, es seien schon fünf. Er las die Wörter, die im Spiegel standen, eines nach dem anderen, jedes Wort, jeder Anzeige, sogar die Seitenzahlen überprüfte er. Er lief hin und her, zählte die Schritte, auch das verbrauchte Zeit. Irgendwann konnte er kaum noch lesen, weil die eine der beiden Campingleucht nicht mehr genug Licht gab. Er schaltete die andere ein, las, lief, wartete. Es war nicht nur die merkmalslose Zeit, die nicht verging, sondern eine immer merklicher werdende, reale Angst. Warum holen Sie den Brief nicht ab? Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Sie haben beste Gründe, die Angelegenheit zu beschleunigen. Und wenn Sie diesen Brief nicht abholen, haben Sie auch dafür Gründe. Und einer ist der, dass Ihnen die Angelegenheit zu heiß geworden ist. Sie sind abgehauen und ich sitze hier angekettet in einem Keller und irgendwann geht das Licht aus. Dann kann ich nur noch versuchen, mit dem Plastikbesteck den Dübel, mit dem die Kette in der Wand befestigt ist, herauszukratzen. Das wird nicht gelingen. Ich kann versuchen, Lärm zu machen. Es wird mich wohl keiner hören. Vielleicht doch. Die zweite Lampe wurde schwächer. Wenn er hier verrecken müsste, würde er bald nicht einmal mehr die Möglichkeit haben, einen Brief zu hinterlassen. Er wollte gern, dass man, wenn es denn dazu käme, außer seiner Leiche, ein paar Worte an die beiden Menschen fände, die er liebte. Während er schrieb, merkte er, dass der Text ihm half, eine gewisse Haltung zurückzugewinnen. Die Angst verlor ihn nicht, aber er fand sich als Person wieder. Liebe Katrin, lieber Johann, ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich weiß vor allem nicht, wie lange ich noch Licht zum Schreiben haben werde. Von meinen Entführern habe ich seit Stunden nichts mehr gehört. Ein Brief, den ich an dich, Katrin, Joachim, Herrn Fritzenwalder, schreiben sollte, ist nicht abgeholt. Im schlimmsten Falle lassen sie mich hier, wo immer das ist, zurück. Vielleicht auch nicht und alles wird gut. Wir werden sehen. Euch möchte ich nur sagen, wie sehr ich Euch liebe und dass ich mit Liebe und Glück an jeden Moment in unserem gemeinsamen Leben zurückdenke. Egal was passiert, ich habe ein wunderschönes Leben gehabt. Dank Euch. Euer Jan Philipp. Ein Abschiedsbrief. Müsste ich heute sterben, würde ich denselben Briefen. Er faltete ihn zusammen und steckte ihn unter eine der beiden Campinglampen. Dann wartete er weiter. Irgendwann abends kamen sie. Auf die Frage, warum denn der Brief nicht abgeholt worden wäre, hieß es nur Wrong Paper. Das war alles. Der Kontrast zwischen seinen Gefühlen und der banalen Erklärung war immens und zusätzlich niederschmetternd, weil ihm noch einmal demonstriert wurde, wie sehr er von jeder Laune, von bloßen Gedankenlosigkeiten der Entführer abhängig war. Man verliert diesen Gedanken nie. Dieser Mensch verfügt über mein Leben. Der Engländer nahm den Brief mit und auch den anderen den Abschiedsbrief entdeckte er unter der Lampe und nahm ihn an sich. Am nächsten Morgen sollte er beide Briefe neu schreiben. Er sollte sie mit der Aufforderung versehen, die Polizei aus dem Spiel zu nehmen. Er fügt ein zweites PS bei. Ich bin darüber informiert worden, dass die Polizei eine Rasterfahndung unternimmt. Jede Art der Fahndung wird die Situation in die Länge ziehen. Ich werde den Umständen entsprechend anständig behandelt, aber jede Verkürzung des gegenwärtigen Zustandes wäre mir sehr willkommen. Kathrin, ich liebe dich, nimm Johann in den Arm und er dich. Dann bat er noch einmal dringend um Lektüre. Wenn man wolle, dass er, um Briefe zu schreiben und Informationen zu geben, bei klarem Verstand bleibe, möge man ihm zu lesen geben. Ein Buch, ein dickleibiges, wenn möglich, und er schlug die Bibel vor. Da er nicht erwartete, dass die Entführer für ihn größere Bücherkäufe tätigen würden, wollte er etwas vorschlagen, das auch in kleineren Buchläden zu haben wäre, notfalls in jeder Dorfkirche hätte gestohlen werden können. Am nächsten Tag fand er nach dem Klopfen hereinkommen und wieder gehen eine Tüte, Karstadt oder Kaufhof vor, darin die Chronik des 20. Jahrhunderts und ein Bildband, die Gemälde des Prado. Zugleich wurde die Deckenlampe funktionsfähig gemacht, sodass er sie selbst ein- und ausschalten konnte. Ihm kamen die Tränen und er fühlte sich unendlich dankbar. Die positiven Gefühle seinen Entführern gegenüber. Man nennt diese Gefühle Stockholmsyndrom, nach einer Geiselnahme in Stockholm, in deren Verlauf es zu beinahe freundschaftlichen Beziehungen zwischen Geiseln und Geiselnehmern gekommen war. Das Verhältnis von Geiseln zu den Geiselnähmern, das heißt zu denen, von denen sie mit dem Tode bedroht werden, von denen sie geschlagen und verletzt worden sind, die verantwortlich sind für die Todesangst der Geiseln, die verantwortlich sind für die Ängste aller, an die sich die Erpressung richtet. Das Verhältnis ist oft zu gut, um in eine geordnete Welt zu passen. Er ahnt es schon in seinem Keller, dass hier möglicherweise das größte Problem für das, was man Verarbeitung des Ganzen zu nennen gewohnt ist, liegen könnte. Wenn er denn mit dem Leben davon käme. Und ich kann das bestätigen. Einen Tag später folgte eine weitere Buchlieferung, John Le Carre's Die Libelle, Tom Wolffs Fegefeuer der Eitelkeiten, Peter Sloterdijk's Kritik der zynischen Vernunft, Karl Jaspers Die großen Philosophen, Dostoyevskis Erzählungen, alles in allem eine Auswahl, die ihn erstaunte. Ein Thriller, ein Roman, ein Klassiker, etwas Philosophie, fast rührte ihn diese Umsicht. Andererseits signalisierte ihm die Anzahl der Bücher, dass die Entführer nicht damit rechneten, die Angelegenheit in ein, zwei Tagen zu beenden. Als sie sich durch das Scheitern von Zweigeldübergaben weiter in die Länge zog, erhielt er noch zweimal Bücher. Karl Kraus Hüben und Drüben, Doris Lessings Rückkehr nach Afrika, Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht, Ostrovskis Geheimakte Mossad, A.E. Johans Die Wildnis schweigt, Bruce Jadwins Traumpfade, Vom Glück der Kindheit eine gruselige Anthologie, Cronins später Sieg, Quichons Picassos Rache, Serge Philippinis der flammende Mensch, Stenna Dolnis ein Gott der Frechheit und als die Säulen noch standen ein Griechenlandführer am Pausanias entlanggeschrieben. Er las mindestens bis gegen zwei, oft halb vier. Er hoffte dann müde genug zu sein, um ohne viel Nachdenken einzuschlafen. Das gelang zu weilen. Manchmal fiel er erst gegen sechs Uhr morgens in einer Art Halbschlaf. Nie schlief er, ohne mehrfach hochzuschrecken, weil er meinte, man klopfe an die Tür. Bis zum Ende konnte er das Eingebildete vom realen Klopfen nicht unterscheiden, rief also mehrmals in der Nacht sein Ja, Yes, kam in. Obwohl er das Klopfen seiner Bewacher manchmal herbeisehnte, war es doch immer ein Schrecken für ihn. Es war das Signal der Macht, das er vernahm. Und in der Ohnmacht ist das Signal der Macht stets böse, auch wenn man es hören will, weil sich nur in ihm auch die mögliche Rettung ankündigt. Manchmal meinte er zu wissen, dass es nur in seinem Kopf gewesen war, aber sicher war er sich nie, sodass er sich immer wie befohlen zurechtlegte und rief Ja, Yes, kam in. Am Tage bemühte er sich, irgendeine Art Sport zu betreiben, um den Kreislauf zu beanspruchen. Je länger er im Keller war, desto mehr begann sein Herz weh zu tun. Zuweilen schlug es unregelmäßig, manchmal waren es schmerzhafte Stiche, manchmal war es wie ein schwerer Ring um seine Brust. Die erste Woche marschierte er in seinem Keller auf und ab, das heißt, soweit die Kette es zuließ. Zunächst versuchte er, kleine Kreise zu gehen, aber die Kette verdrehte sich und wurde schnell kürzer, sodass er dann in die andere Richtung gehen musste, um sie wieder auf normale Länge zu bringen. Im Endeffekt waren die knappen zwei Meter einfach zu kurz, um im Kreis zu gehen. Darum ging er immer dreimal zweieinhalb Schritte hin und her. Sein Gehen bekam bald manische Züge. Es war das Einzige, was er machen konnte. Es fraß Zeit, es sparte Lektüre, es hielt den Kreislaufingang, es stellte vor allem Gedanken und Gefühle still. Am ersten Tag lief er wenig, dreitausend, vielleicht fünftausend Schritte, am nächsten Tag achttausend, dann fünfzehntausend, dann achtzehntausend, fünfhundert, am nächsten Tag wieder fünfzehntausend. Das blieb sein Pensum. Doch das ging nur eine Woche lang gut. Dann tat ihm morgens der Fuß weh. Er ging weiter sein Pensum. Der Fuß schmerzte immer mehr. Am nächsten Morgen konnte er nicht auftreten, wahrscheinlich eine Sehnenscheidenentzündung. Sorgen machte ihm das nicht, es nahm ihm nur das Gehen. Irgendwie musste er sich auch weiterhin körperlich betätigen, also stellte er sich mit einigem Abstand vor die Wand, stützte sich ab und machte so in der Schräge Wandstütze, wie er es bei sich nannte. Jede Stunde vierzig. Es sollte endlich zur Geldübergabe kommen. Ostern, so sagte man sich, könne er wieder zu Hause sein. Er durfte noch einmal schreiben, Liebe Kathrin, heute Abend wird es eine Woche her sein, dass Sie mich vor der eigenen Haustür weggefangen haben. Da konnte ich kaum begreifen, dass das Wirklichkeit sein soll. Und nun gibt es für euch wie für mich einen absurden, aus der Welt gefallenen Alltag. Ich hoffe so sehr, dass wir bald wieder zusammen sind. Macht, was ihr könnt, damit Sie mich hier wieder und bald hinauslassen. Lieber Johann, ich hoffe, wir sind bald wieder zusammen. Ich umarme euch. Am Morgen des 3. April kam der Engländer hörbar verärgert in den Keller. Wenn es so weitergehe, könne die Angelegenheit noch Monate dauern. Niemand sei gekommen. Dies war nicht nur niederschmetternd, weil er inständig gehofft hatte, es werde nun bald alles vorbei sein, sondern auch, weil er nicht verstand, was draußen vorging. Wieso war niemand gekommen? Zudem sei Polizei in dem Wald gewesen, in dem sie gewartet hätten. Sollte man den Versuch gemacht haben, den Entführern am Übergabeort eine Falle zu stellen? Sie schienen dieser Meinung zu sein. Er solle schreiben und seinem Anwalt endlich klar machen, wessen Interessen er zu vertreten habe. Die seines Mandanten oder die der Polizei. Und dann, we told your wife, we'll cut your finger off. Liebe Katrin, ich weiß nicht, was ihr tut. Die Geldübergabe ist heute Nacht gescheitert. Niemand ist gekommen. Ich habe Angst. Die Stimmung hat sich radikal verschlechtert. Sie haben gedroht, es könne hier noch Monate weitergehen und sie würden mir einen Finger abschneiden. Ich halte das nicht für leere Drohung. Bitte Katrin, glaub mir und hilf mir. Jetzt zögert es nicht weiter hinaus. Du hast gesagt, Gerhard Schwenn würde alles übernehmen. Ich bin einverstanden, wenn es wirklich Gerhard ist und niemand von der Polizei. Lieber Gerhard, ich bin jetzt wirklich in großer Gefahr. Du bist mein Anwalt, also bitte übergib heute Nacht das Geld und wenn du es nicht machen willst, so wird es Herr Fritzenwalder tun. Dies ist eine ausdrückliche Anweisung von mir. Für beide Fälle werde ich den Entführern eine Frage mitgeben, die nur du oder Herr Fritzenwalder beantworten kann, damit die Identifikation eindeutig ist. Tut, was ich sage, keine Polizeitaktik mehr. Katrin, ordne an, dass das so passiert. Ich liebe dich, hilf mir, ich habe Angst und kann nicht mehr. Es muss heute Nacht passieren. Diese Briefe sind mir peinlich. Sie zeigen ihn in einer Verfassung, die leider recht weit weg von dem entfernt ist, was ich Contenance genannt habe. Seine Frau sagte ihm später, sie habe ihm diese Briefe ziemlich übel genommen. Ich kann das verstehen. Er hatte die Situation nicht erleichtert, im Gegenteil. Ich kann zu deiner Entschuldigung nur anführen, dass ihm die Vorstellung, vielleicht wirklich noch Monate in diesem Keller verbringen zu müssen, furchtbar ängstigte. Weit mehr als die Drohung mit dem Finger, wenn er sie auch ernst nahm. Dazu kam, dass er nicht wusste, was vorging. Sich auch keinen anderen Reim auf das Nichterscheinen am Übergabeort machen konnte, als den, dass seine Frau und sein Anwalt aus irgendwelchen für ihn nicht vorstellbaren Gründen ein von der Polizei vorgeschlagenes Konzept verfolgten. Das nicht als oberstes Ziel hatte, ihn so schnell wie möglich aus seiner Situation zu befreien. Andererseits kannte er seine Frau und konnte sich nicht vorstellen, dass irgendetwas anderes wichtiger sein konnte, als ihn hier herauszuholen. Es lässt sich noch ein ruhigerer, von der Scham, die ich empfinde, wenn ich diese Briefe wiederlese, entferntere Aspekte der Sache angeben, der nicht unwichtig ist. Er war zum Zeitpunkt der Abfassung noch nicht an seine Gefangenschaft gewöhnt. Gut, wirklich daran gewöhnt hatte und hätte er sich nie, aber der Unterschied zwischen den ersten und den letzten Tagen war immens. Als er vor der ersten gescheiterten Übergabe hörte, es werde, wenn alles gut gehe, noch fünf Tage dauern, nahm er diese Nachricht wie einen Schlag hin. Als nach 14 Tagen die Übergabe scheiterte und die Entführer neutrale Vermittler forderten, notierte er, nun müsse er sich, wenn alles gut gehe, noch auf weitere zwei Wochen gefasst machen. Das war eine schlimme Aussicht, aber sie war nicht ganz so schlimm wie die Aussicht auf die fünf Tage etwas mehr als eine Woche zuvor. Drei Dinge kommen dabei zusammen. Erstens hat man gelernt, dass man auch die Tiefpunkte solcher Tage durchleben kann, was man nach wenigen Tagen noch nicht weiß. Zweitens misst man die Dauer eines Tages gemäß der Relation, in der sie zur Gesamtdauer steht. Das ist derselbe Grund, aus dem die ersten zwei Ferienwochen so viel länger sind als die letzten beiden. Drittens wird der Raum außerhalb der Welt, in den man gestoßen worden ist, selbst zu einem Stück Welt. Die Wände werden vertraut. Es gelingt sich, auf ein Buch einzulassen und seine Lektüre nicht nur als einen hysterischen Zeitvertreib zu betreiben und so weiter. Man könne sich an alles gewöhnen haben, Leute zu sagen gewusst, denen weit Schlimmeres widerfahren war als ihm. Allerdings möchte ich darauf bestehen, dass das Wort gewöhnen hier nicht den gemütlichen Klang hat, den es in unserem Alltag besitzt, wo es mit einem kleinen Seufzer nebst Augenaufschlag zur Decke gesprochen wird. Gewöhnen bedeutet in diesem Falle nämlich, dass sich das Unglück nach innen ausdehnt, Teil von einem wird. Dass die Chance, aus dem Unglück aufzutauchen, wie aus einem Albtraum, den man unter der morgendlichen Dusche abwaschen kann, geringer wird. Gewöhnung bedeutet eine größere pathogene Intensität. Die Seele verlagert den Schrecken aus der Aktualität ins Chronische, aus der Exterritorialität ins Leben. Inzwischen bereitete er sich darauf vor, dass man ihm vielleicht einen Finger abschneiden würde. Einen Finger. Man hat gewöhnlich zehn davon und welchen wird es treffen? Er rechnete die bisherigen Erfahrungen hoch und schloss daraus, dass man ihm keine Verstümmelung um ihrer Selbstwillen zufügen wollte. Also würde es wohl den kleinen Finger der linken Hand als den am wenigsten genutzten treffen. Oder wenn man ihn wählen ließe, würde er sich für diesen entscheiden. Er fürchtete sich nicht so sehr vor dem Schmerz. Was ihm zu schaffen machte, war der mögliche Zeitpunkt der Verstümmelung. Der Finger müsste per Post geschickt werden. Wenn er Donnerstag in den Briefkasten geworfen werden würde, könnte er Freitag nicht ankommen, da war Karfreitag. Das heißt, es bestand, falls man ihm Donnerstag oder Freitag den Finger abschnitte, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser erst am Dienstag in der Post, also der früheste nächste Kontaktversuch, erst Dienstagabend sein würde, da die Entführer ja die Wirkung des abgeschnittenen Fingers sicherstellen wollten. Sechs Tage also, ohne zureichende medizinische Versorgung, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass sich die Wunde entzündete. Es kam also ein weiteres Todesrisiko hinzu, Wundbrand. Dachten die Entführer so weit? Er konnte es nicht abschätzen und also schrieb er einen Brief, in dem er seine Argumente darlegte. Er faltete den Brief zusammen und schrieb auf jede der beiden Außenseiten Das Papier schob er in den Ärmel, um es sofort hervorziehen zu können, wenn es passieren sollte. Nachts schob er es unter die Matratze und immer wenn es klopfte, zog er es blitzschnell hervor und hielt es vorzeigebereit in der geschlossenen Hand. Aber nichts passierte. Die Übergabe scheiterte erneut, dennoch ließ man ihn körperlich heilen. Er bemühte sich die Prämissen des Verbrechens als unhintergehbare Voraussetzungen zu akzeptieren, ohne sich ihnen ganz unterzuordnen. It's your business, but it's my life. Er war wegen seines Geldes im Keller. Und Geld allein taugt nicht zur Identitätsbildung und schon gar nicht zu den pathetischen Gefühlen, die es braucht, um psychisch etwas gegen eine erniedrigende, potenziell mörderische Situation aufzubieten. Er war nicht entführt worden wegen einiger Bücher, die er geschrieben hatte. Sondern wegen der magischen Summe, die auch durch die Berichte über ihn als Zigarettenerbe oder angeblichen Allround-Mäzen geisterte. It's just business. Von Ostersonntag auf Ostermontag musste er einen weiteren Brief schreiben. Wie immer wurde ihm der Wortlaut freigestellt. Man bedeutete ihm nur, er möge selbst dafür sorgen, dass es endlich klappe. 7. 8. April 1996 Liebe Katrin, lieber Gerhard, bespreche diesen Brief bitte zunächst persönlich, bevor er ihn mit anderen, wem auch immer und falls überhaupt nötig besprecht. Ich schreibe diesen Brief nicht auf Anweisung, das kann ich nicht beweisen, trotzdem ist es so. Liebe Katrin, ich bin heute Abend 14 Tage hier und nichts als gescheiterte Versuche von Kontaktaufnahme und Geldübergabe. 14 Tage bin ich nun in einem abgeschlossenen Raum angekettet. Ein Detail, das ich euch zur Bewahrung der wechselseitigen Kontenanz verschwiegen hatte und ich bin froh, dass ich noch lebe. An euch zu denken fällt mir unendlich schwer, ich liebe euch, holt mich bald heraus, das heißt nicht irgendwann, sondern in den nächsten Tagen, ich bitte euch, lieber Gerhard, ich weise dich hiermit an, die Geldübergabe ohne Polizei unverzüglich in die Wege zu leiten. Liebe Katrin, bitte tu desgleichen. Ich kann nichts weiter tun als schreiben. Da draußen ist es deine Entscheidung, die letztlich zählt und es ist an Gerhard, das gegenüber der Polizei durchzusetzen. Ich will, ich muss hier raus. Bitte Katrin, für Johann, für dich und für mich. Glaube mir, keine weitere Verzögerung kann die Sicherheit bringen, die man in solchen Fällen so gerne hätte, im Gegenteil, Katrin, nimm Johann in den Arm von mir, ich vermisse euch unendlich. Der Brief gibt das Bild ziemlich genau wieder, dass er sich von der Lage machte. Er in seinem Keller wusste nicht, in welche Situation hinein er schrieb. Die klassische Frage fiel ihm ein, kann ein sehr guter Schachspieler, der nur die Züge von Weiß kennt, die ganze Partie rekonstruieren? Er kannte nur jeden dritten Zug von Weiß und wurde wahrscheinlich auch noch belogen. Er glaubte den Entführern, denn deren Behauptung, die Polizei sei weiterhin im Spiel, war die einzige Erklärung für die Verzögerungen, die ihm plausibel erschien. Sie selbst konnten ja keinerlei Interesse an Verzögerungen haben. Natürlich auch seine Frau nicht, aber die Polizei sehr wohl. Was er eben nicht wusste, war, dass die Entführer beim Telefonieren einen Stimmverzerrer benutzten und dass Gerhard Schwenn, der selbst am Telefon gewesen war, die Fragen kaum hatte verstehen können. Welche Rolle die Polizei bei den Übergabeversuchen gespielt hat, weiß ich bis heute nicht genau, nur dass die Vorstellung, seine Frau und sein Anwalt hätten den Brief gemeinsam besprechen können, ohne dass die Polizei etwas davon mitbekommen hätte, naiv gewesen war. Die Briefe wurden bereits am Hauptpostamt abgefangen, und erkennungsdienstlich behandelt, bevor sie Stunden später per Kurier zugestellt wurden. Irgendwann sagte ihm der Engländer, man habe vor seiner Haustür auf den Brief mit der Lösegeldforderung eine funktionsfähige Handgranate gelegt. Konnte es sein, dass seine Frau über die Handgranate gestolpert war? War sie tot? Die Fragen, die er als Lebensbeweis hatte beantworten müssen, hätte auch sein Sohn stellen können. Sie waren alle aus dem Bereich der familiären Privatsprache. Der Gedanke, und wenn alles gut geht und ich komme nach Hause, dann höre ich, ihre Frau ist tot. Es gelang ihm den Gedanken mit dem Tabu nicht gedacht zu werden, zu belegen. Für die oder den draußen ist der Entführer eine abstrakte Drohung mit wenigen zufälligen, in der Isolierung bizarren Eigenschaften wie Akzent, Wortwahl, Gesten der Brutalität. Für den Entführten ist der Entführer die einzige wirkliche Realität außerhalb der Zelle, jedenfalls die einzige, mit der sich etwas anfangen lässt, über die es vielleicht lohnt, sich Gedanken zu machen, die einzige, die man vielleicht doch beeinflussen kann. Der einzige Mensch in Reichweite, wenigstens eine menschliche Stimme. Ich erinnere mich sehr gut an jenen selbst Ekel, den er damals empfand, wenn er sich auf die Stimme des Engländers freute, eben weil es eine menschliche Stimme war, eine menschliche Stimme und ein Stück Außenwelt im Keller außerhalb der Welt. In diesen 33 Tagen hat er insgesamt vielleicht eine Stunde mit dem Engländer gesprochen. Diese kurzen Gespräche fielen mehr Wortwechsel waren Oasen in der Eintönigkeit. Während des Gespräches war die Wohltat des Sprechens Tonangebend. Ich übertreibe nicht, wenn ich von einer Wohltat spreche. Er mochte diese Stimme, er fand sie sympathisch und das Gefühl konnte er analysieren, es war ihm angenehm, aber er konnte es nicht auf Distanz halten. Einmal hatte er die Fantasie, der Entführer solle ihn trösten, ihn berühren, die Hand auf seine Schulter legen. Es fällt mir nicht leicht, das aufzuschreiben. Ihm fiel es nicht leicht, sich diesen Wunsch einzugestehen, denn dieses Gefühl lässt sich nicht einfach als Äquivalent zur menschlichen Stimme darstellen, die man eben hören möchte, egal von wem sie stammt. Es war ja schon bei der Stimme nicht ganz einfach so. Bei dem Wunsch nach körperlicher Berührung aber ist die Grenze zur Unterwerfung überschritten. Das Machtverhältnis ist eindeutig keine Machtverteilung, sondern ein krasses nebeneinander von Allmacht und Ohnmacht und der Ohnmächtige, der Übermächtigte, wünscht die körperliche Zuwendung des Machthabers. Da ist auch eine fantasierte Hand auf der Schulter extrem. Darum markiert diese Fantasie einen psychischen Tiefpunkt, den er in diesem Moment erlebt hat und um den ich nicht herumreden will. Die Übergabe sollte Sonnabend-Nacht stattfinden. Der Engländer wollte Montag wiederkommen, Montagnacht könne er frei sein. Der Engländer werde jetzt Freitag fahren. Er kam aber nicht Montag, sondern schon Sonntagnachmittag zurück. Oben wurde eine Tür zugeworfen. Schritte kamen die Treppe herunter. Wieder sei Polizei da gewesen. Auch habe Gerhard Schwenn wieder versucht, in Zusammenarbeit mit der Polizei sie reinzulegen. In dem Hotel, in dem er einen Anruf habe erwarten sollen, habe statt seiner die Polizei gewartet. Der habe eine Identifizierungsfrage nicht beantworten können. Die Polizei unterschätzte sie immer noch. Sie seien auf alles vorbereitet, hätten alles im Blick, hätten Nachtsichtgeräte. Und wenn sie uns zu catchen, werden wir auf den Feuer eröffnen. Es ist nicht gut, einen Polizisten zu töten. Wenn Sie das tun, wird die ganze Polizei in Europa nach Sie. Aber ich will nicht 15 Jahre in einem Raum wie dieser. Und wenn sie uns töten, wird niemand hier finden. Der Engländer war wütend. Nicht nur wegen des Scheiterns der Geldübergabe an sich, sondern wegen des, wie er es zu empfinden schien Verrat des Anwalts Gerhard Schwen. Der Engländer schien sein Verbrechen wirklich als Geschäft aufzufassen, das seinerseits einen Rahmen setze, in dem man zwischen anständig und unanständig unterscheiden könne. Aber der Engländer war auch nervös. We are running out of ideas. Das war ein beunruhigendes Eingeständnis. Mit Gerhard Schwen wollten sie nicht mehr zusammenarbeiten. Die Entführung wirkte wie ein Patchwork aus Teilen anderer Entführungen. Das Foto aus dem Fall Schleier, die Drohung mit dem Finger aus italienischen Fällen und jetzt war Pastor Alberts dran. Er solle sich Gedanken über mögliche Mittelspersonen machen. Nachträglich muss ich sagen, dass trotz des Schocks, dass erneut die Übergabe gescheitert war, der Abend des Sonntags und der anschließende Montag die besten Tage der Gefangenschaft gewesen sind. In diesen beiden Tagen gab es am meisten nachzudenken. Die Euphorie, die aus der bloßen Möglichkeit bestand, in Gedanken tätig zu sein und zwar so, dass es Konsequenzen haben würde, wurde erst am Dienstag und Mittwoch durch zwei Tage depressiven Schreckens abgelöst. Er nahm sich ein Blatt Papier schrieb Namen auf, schrieb, verwarf. Er in seinem Keller wusste nicht, in welche Situation hinein er schrieb. Er musste jemanden finden, der in ein Haus, in dem möglicherweise nur Fremde die Regie führten, kommen, sich per Brief und persönliche Autorität ausweisen und 20 Millionen abholen konnte. Dann war da, ohne deduktives Bemühen, der Name Lars Klausen. Der Name blieb. Klausen war als Professor für Soziologie in Kiel und als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie genug öffentliche Figur, um den Entführern einzuleuchten. Und er würde, wahrscheinlich weniger von Amts wegen, aber gewiss als Person, Autorität der Polizei gegenüber haben. Der Engländer hatte wiederholt die Kirche ins Spiel gebracht. Der fiel ihm ein, dass er sehr wohl einen Pastor kannte, nur aus für ihn primär unkirchlichen Zusammenhängen. Christian Arndt, Gemeinde St. Pauli, der war Mitglied einer Vermittlergruppe im Konflikt um die Hamburger Hafenstraße im Jahre 1987 gewesen, der auch er selbst angehört hatte. Also schrieb er auch diesen Namen auf und wies darauf hin, dass Christian Arndts bekannt kritisches Verhältnis zu Staat und Polizei ein Nachteil, aber auch ein Vorteil sein könne. Der Engländer entschied sich, sowohl Klausen als auch Arndt anzusprechen und sie beide um die Übergabe zu bitten. Abends berichtete er von den Telefonaten. Klausen, so der Engländer, stehe zur Verfügung selbstverständlich. Auch Arndt war sofort bereit gewesen, er wies nur darauf hin, dass sein Telefon vielleicht abgehört werde. Der Engländer war hoch zufrieden. Endlich ein Profi und einer, der die Polizei nicht mochte. Und die Lösegeldsumme betrage jetzt 30 Millionen. Man habe mit der Erhöhung gedroht und müsse jetzt dazu stehen, denn man habe schon nicht wahrgemacht, ihm einen Finger abzuschneiden. Stellten die sich vor, dass er das Geld zu Hause einfach druckte, dass es nicht schwierig sein würde, 20 Millionen zu beschaffen, wusste er. Die Polizei, so hatte er einmal gehört, konnte solche Summen bei Entführungsfällen kurzfristig zur Verfügung stellen und vergab sie an die Familienentführte als Darlehen, aber zehn mehr. 15. April 1996. Liebe Katrin, heute Nacht hätte ich bei euch sein können. Gestern erhielt ich die Nachricht, es ist erneut gescheitert. Überall Polizei. Ich weiß nicht, was ich mir für einen Reim machen soll. Kann es sein, dass die Polizei hinter eurem Rücken agiert? Es kann natürlich auch sein, dass die Entführer die Nerven verloren haben und Gespenster sehen, aber den Eindruck machen sie nicht. Das sind keine Amateure. Ich versuche, mich in deine Lage zu versetzen und kann das kaum, weil mir dann so zum Heulen ist, dass ich nicht ein noch ausweiß. Und wenn ich an Johann denke. Aber ihr müsst es als eine Art brutale Geschäftsabwicklung auffassen und es wird klappen. Geld gegen JP. Sie haben das Lösegeld von 20 auf 30 Millionen heraufgesetzt. Bitte lasst die zusätzlichen 10 Millionen beschaffen. Sie haben zu Gerhard kein Vertrauen mehr. Ich habe darum zwei außenstehende Vermittler gebeten und autorisiert, die Verhandlungen zu führen und das Geld zu übergeben. Lars Clausen und Christian Arndt. Beide haben sich telefonisch bereit erklärt zu helfen. Es war Dienstag. Am Freitag würden sie erneut mit Klausen und Arndt sprechen. Immer wenn ich mit meiner Frau über unsere jeweiligen 33 Tage sprach, besonders aber als ich ihre Aufzeichnungen las, wurde mir deutlich, worin im Kern der Unterschied zwischen unseren beiden Befindlichkeiten bestanden hat. Es ist nicht der scheinbar auf der Hand liegende, dass der eine Gefangenen gehalten wird und sein Leben bedroht sieht, wogegen die andere handeln kann und muss, weil von ihr das Leben des Gefangenen abhängt. So unterschiedlich diese Rollen sind, so ähnlich sind sich doch die Gefühle oft gewesen. Aber eben von Grund auf unterschieden in einem. Die Gefühle von Angst, Hilflosigkeit, Hoffnung, Erwartung und so weiter, waren außerhalb des Kellers an bestimmte soziale Beziehungen und kommunikative Situationen gebunden. Die Erörterung der Lage erzeugt Furcht oder Hoffnung. Der Gesichtsausdruck des Sohnes, der mit seinen 13 Jahren versucht, sich seine Angst nicht anmerken zu lassen. Das Nachdenken darüber, ob es richtig oder falsch war, dies und richtig oder falsch sein wird, jenes zu tun, die Einsamkeit schließlich. Das Gefühl des auf sich selbst gestellt Seins, gerade dies vermag den Unterschied besonders zu verdeutlichen. Meine Frau konnte mich vermissen an dem Platz, an dem sie selbst war. Er konnte das reziproke Gefühl nicht haben. Außerhalb des Kellers existierte ein soziales und kommunikatives Gefüge, das Ver- und Zerstörungen hatte hinnehmen müssen und sich nun der neuen Situation anpassen musste. Im Keller war er aus allen sozialen und kommunikativen Bezügen herausgefallen. Sieht man von den geschilderten kurzen Gesprächssequenzen und der Tatsache ab, dass er hier gezwungen wurde, das Gegenüber von totaler Macht und totaler Ohnmacht psychisch zu besetzen. Ebenso wie er aus der Welt war, waren seine Gefühle nicht von der Welt, sondern Gefühle im Keller, die eigentlich nur durch Vergleiche, manchmal durch Stimulationen für ihn greifbar wurden. Darum war die größte Angst für ihn stets die Fortdauer dieses Zustandes. Nicht, was viele verwundern mag, die Angst vor Verstümmelung, nicht einmal Todesangst. Im Keller wurde ihm übrigens das mir schon längst theoretisch fragwürdige, aber historisch interessante Konzept des Individuums als der Vorstellung von einem Menschen, in dem irgendetwas Kontinuität und Festigkeit in allen Wechselfällen des Lebens verbürgt, zu einer gänzlich obsoleten Vorstellung. Noch einige Wochen nach seiner Freilassung hatte ich des Öfteren das Gefühl, plötzlich wieder verloren zu gehen, den Kontakt mit der mich umgebenden Welt zu verlieren. Manchmal war das Gefühl rein physisch, nur auf die Körperoberfläche bezogen, ich meinte, den Verstand verlieren zu müssen, wenn sein mein Körper nicht berührt, in den Arm genommen, festgehalten würde, als brauche es eine Kraft von außen, um mich vor dem Verloren Gehen zu schützen. Und diese Kraft musste ich an und auf meinem Körper spüren. Der Engländer war wieder zufriedengestellt. Er habe mit Arndt gesprochen, der sei schnell, klar und präzise gewesen. You didn't play around and ask silly questions like your lawyer. Einmal kam er auf die Erhöhung des Lösegelds zu sprechen. Es komme ihnen auf die weiteren 10 Millionen nicht an, nur aufs Prinzip. We have to punish them. Eine merkwürdig inflationäre Geisteshaltung. Maybe we can't transport the 10 million, I don't know. I don't want to cut a lot of paper into little pieces to find out. Das nicht eingeplante Geld, Substitut für einen Finger und manchem gewiss Mehrwert als bloß einen Finger, verwandelte sich in einen Haufen Papier. Aber ein Haufen Papier hatte es schon für die Planung der Entführer sein müssen. Er sprach ihn auf das Maß an Logistik und Aufwand an, das so eine Entführung mit sich bringe und ließ sich sagen, für jeden Anruf führen sie ein paar hundert Kilometer. Für jede Übergabe müssten sie eigens Autos stehlen. Die Vorbereitung des Ganzen habe 200.000 Mark gekostet. Hat er sich verhört? 200.000 Mark schien ihm abenteuerlich viel. Andererseits, was wusste er über die Anzahl der auf Basis einer Vorabpauschale beteiligten. Was kostete ein professioneller Schläger wie der, der ihn überwältigt hatte und angeblich längst weit weg war? Wie ich später erfahren habe, hatte die Anmietung des Hauses, in dem sich der Keller befand, etwa 20.000 Mark gekostet. Now I won't have to work for years. 30 Millionen für Jahre bloß und nicht für den Rest des Lebens? You will enjoy the money, of course. Do you think sometimes about the price people have to pay for what you are doing? I do not speak about the money. You mean the moral question involved? Yes. Well, you don't start a thing like this and suddenly you say to yourself, oh my God, what am I doing? As long as you don't hurt people or do worse things to them. So, also sollte es gehen. Alles unterhalb von Mord und Verstümmelung war just business und dass, wenn es denn nicht so ging, der Tod von Menschen in seinen Plänen als Eventualität durchaus eingebaut war, betonte der Engländer mehrfach, hat er es auch geschrieben oder schreiben lassen. Wir werden Herrn Reemsma auf jeden Fall töten, wir eröffnen ohne Warnung das Feuer. Wie schnell ist man tot, wenn man in den Kopf geschossen wird? Er meinte schnell. Und darum hoffte er, wenn sie ihn töteten, dass es auf diese Weise geschehen würde. Er hoffte auch, dass sie es ihm kurz vorher sagen würden. Nicht lange vorher, denn er wollte nicht wie in einer Todeszelle warten, obwohl er manchmal das Gefühl hatte, in einer Todeszelle zu warten, aber eben nur das Gefühl, nicht die Gewissheit. Doch es sollte auch nicht von einem Augenblick auf den anderen passieren. Er wollte nämlich nicht, dass sein letztes Gefühl im Leben ein plötzlicher Schreck oder ein Entsetzen sei. Er wollte, wenn es denn sein musste, so etwas wie die Würde einer Hinrichtung erleben. Ist das das richtige Wort? Er wollte vor dem Schuss noch irgendetwas sagen. Er wollte als letztes die eigene Stimme im Ohr haben. Er wollte sein Leben selbst abschließen. Er sah dem nächsten Geldübergabeversuch nicht übermäßig zuversichtlich entgegen. Die Vorstellung, die Kette der Fehlschläge werde nicht abreißen, beherrschte ihn. Es wird nicht gut gehen, sagte er sich. Aus diesem Keller komme ich nicht mehr heraus. No one will find you here. Sie brauchten bis zum nächsten Mittwoch, um ein neues Übergabeszenario auszuarbeiten. Wenn alles gut gehe, werde er, der Engländer, Freitagmorgen wieder da sein, wenn nicht früher. Freitagnacht könne er frei sein. Man werde ihn in einem Wald aussetzen, wo er ein paar Kilometer zu gehen haben werde, dann werde er eine Gelegenheit finden, zu telefonieren. Mittwoch. Eine getippte Nachricht wurde ihm hereingereicht. Arndt hatte eine Frage gestellt, um festzustellen, ob er noch lebe. Woher kommt die Katze Kümmel? Ist es so, wenn einem das Herz stehen bleibt? Er wusste die Antwort nicht. Er wusste nicht mehr, woher zum Teufel die Katze stammte. Konnten die nicht etwas anderes fragen? Irgendwo aus Schleswig-Holstein hatte Katrins Bruder einst das Kätzchen mitgebracht, aber woher da? Malente? Irgendwas war mit Malente. Aber was? Was ist denn jetzt, wenn ich das nicht mehr weiß? Da war dein Name. Trittau. Seine Frau hatte die Katze ein besonders liebes Tier mit einer Allerweltsfarbe, mal ironisch Miss Trittau genannt. Miss Trittau. Trittau. Er konnte beweisen, dass er noch lebte, denn er wusste den Namen Trittau. Wenn alles nach Plan laufe, werde er Donnerstagvormittag eine schriftliche Nachricht erhalten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag solle er nur im Notfall klopfen, in case of fire also. Der, der ihn bewache, werde nicht herunterkommen. Er fragte nach, ob der, sagte that guy, ihm wie gewohntes Frühstück bringen werde, oder ob auf den warten solle, der at noon die Nachricht bringen werde. Das Frühstück war ihm dabei egal. Er wollte wissen, nach wie viel verwarteten Stunden er sich die Panik nicht mehr würde ausreden können. Nein, the person upstairs, she won't come down. Eine Frau also. Eine Frau, die nicht herunterkommen will. Also wollte man ihm jetzt noch nicht einfach im Keller lassen und verschwinden. Ihn packte plötzlich wieder die Angst davor, die Glühbirne der Deckenlampe könne durchbrennen und er im Dunkeln sitzen. Sich durch Klopfen bemerkbar zu machen, sei ihm ja von krasseren Notfällen abgesehen untersagt. Der Engländer gab ihm, wie achselzuckend ob des neurotischen Gehabes, eine Ersatzglühbirne und gewissermaßen ironisch, zwei Batterien für die Campingleuchten verabschiedete sich dann freundlich und mit der Drohung, wenn sie nicht zurückkämen, würde die Person ihn nicht herauslassen. She will go and leave you here. Eine der Nächte fast ohne Schlaf, vier Uhr, fünf, sechs, dann schlief er ein, aufwachen, acht. Keine größeren Emotionen vom Mittag hatte er sich vorgenommen. Halb neun, es klopft, wie immer, Kopf runter, ja, kam in, öffnen, Schritte, es ist nicht der Engländer. Der Teller wird hingestellt. Raschelt Papier, Schritte, Tür, aufblicken, die Wanne ist weg, der wechselt das Wasser. Tisch, Papier neben dem Teller, er kann es nicht lesen, wo ist die Brille? Da, zwei Zeilen. Pastor hat korrekt bezahlt, morgen Nacht, sie werden frei sein. Es war Grund zum Jubeln, nur war ihm nicht danach. Es konnte immer noch sein, dass sie ihn umbringen würden und ihn nur möglichst lange ruhig stellen wollten, aber er war dankbar. Wohin mit diesem Gefühl, wenn man keinen Gott zur Verfügung hat, bei dem man es lassen kann? Es waren Spinnen in seinem Keller, die dort der trockenen Luft wegen gut gediehen. In all den Tagen hatte er sicher an die zwanzig von ihnen getötet, denn er mochte Spinnen nicht, jedenfalls dann nicht, wenn er sich vorstellte, dass sie nachts auf ihm herumliefen. Nachdem er die Nachricht gelesen hatte, war er wieder eine Spinne, die mitten über den Teppich tapperte. Er dachte an die Geschichte aus Johann Peter Hebels Hausfreund, wo ein Matrose sich mitten in der Seeschlacht bückt, um sich ein Ungeziefer aus dem Haar zu streifen und dadurch der tödlichen Kanonenkugel entgeht. Also tötete er die Spinne nicht. Auch keine andere mehr in diesen Tagen. Wenn man mich fragt, was ich Blasphemie nennen würde, wäre eine Antwort, in diesem Keller eine Spinne zu töten. Er hatte dann noch zwei lange Tage zu warten. Am Ende des ersten nahm ihm der Engländer die Uhr ab und erzählte gut gelaunt von der Übergabe. Man habe alles Geld unterbringen können. We had to sit on the container, but we could close it. Am Ende des zweiten Tages wuchs die Angst erneut. Er hörte, dass oben im Haus aufgeräumt wurde. Geräusche, als würden Regale abgebaut, Bretter weggeschafft. Dann ein Klirren wie von Flaschen, die in einen Container geworfen wurden. Dann viele, viele Stunden Stille. Sollte er klopfen? Was? Wenn sie nur ihre Abfälle wegschafften, weit weg, nicht kämen, aber die Zeit einfach noch nicht um wäre. Er wartete. Der Engländer kam. Ein Teller mit Brot, Waschwasser und seine Kette wurde aufgeschlossen. Das täten sie nicht, wenn sie ihn im Keller lassen wollten. Ungeheure Erleichterung. Es konnte immer noch sein, dass sie ihn im Wald erschossen, aber sie würden ihn nicht im Keller verschmachten lassen. Irgendwann kam der Engländer wieder, sagte ihm, er solle sich mit geschlossenen Augen auf den Stuhl setzen. Die Augen wurden wieder verbunden, diesmal sehr sorgfältig. Seine Schuhe wurden ihm angezogen, die Kleidung erhielt er nicht zurück. Warum? Auf Kleidung seien doch wohl keine Fingerabdrücke feststellbar. You can't make mistakes in a job like this. Ob er seine Aufzeichnungen mitnehmen könne, nein, natürlich nicht. Man fesselte ihm die Hände mit Klebeband. Vorne. Man werde ihm nicht den Mund verkleben. But if you shout, we will make you stop. Dann wurde er aus dem Keller geführt. Oben musste er sich mehrfach um sich selbst drehen, dann hinaus. Er musste wieder hinten einsteigen, aber diesmal war es keine Ladefläche. Is this a trunk? Something like that. Davor hatte er sich immer gefürchtet, in einem Kofferraum abtransportiert zu werden. Schleier fiel ihm, ein Aldo Moro auch. Es war eine lange Autobahnfahrt, er sagte sich bei Laden auf und rückblickend muss ich sagen, dass er die Fahrzeit wohl unterschätzt hatte, als er bei der Polizei aussagte, sie seien circa eine Stunde gefahren. Denn zweimal die Kraniche des Ibikus und zweimal die Vergeltung ergeben schon eine halbe Stunde und mit Schiller und Rostehülser verbrachte er nur einen geringen Teil der Fahrt. Dann verließen sie die Autobahn. Eine kurze Strecke, dann ein Waldweg. Lights. Halten. Kofferraum auf. Wenn sie jetzt doch noch schießen? Seine Handfesseln wurden durchschnitten. Dann nahm ihm der Engländer bei der Hand und führte ihn in den Wald. Er kam sich vor wie Hänsel. Es war kühl und feucht, der Wald roch nach Frühling. Er hatte im Keller viereinhalb Wochen außer seinem Essen zweimal einem abscheulichen Rasierwasser eines seiner stummen Bewacher und vor allem der chemischen Toilette gar nichts gerochen. Jetzt dieser überwältigende Geruch nach feuchter Erde, Gras, frischem Laub. Er hätte beinahe etwas gesagt, hielt sich gerade noch zurück. Das Gefühl wollte er mit dem Engländer nicht teilen. Dann blieben sie stehen, er könne jetzt die Binde lösen, solle sich nicht umsehen, immer gerade ausgehen und keinesfalls zurück. After some kilometers, there is a railway bridge and behind it there is a village named Horst. There you will find a telephone or a house where you can call your family or the police, whatever you like. Er riss an der Augenbinde, fand den Anfang nicht, riss sie ohne Rücksicht auf die Haare ab. Stockdunkle Nacht, Wolken, kein Mond. Er machte ein paar Schritte. Noch etwas sagen, goodbye? Kaum. Wie verabschiedet man sich von einem Entführer? Nice having met you, I can't say. Lachen. I understand. Er ging. Er ging einfach weiter, Schritt für Schritt, wie eine Maschine, nicht so schnell, denn der Weg war uneben und er konnte kaum etwas sehen. Links von ihm, ein paar Kilometer entfernt, das brausende Autobahn. Der Weg senkte sich ein wenig. Dann sah er die Brücke und dahinter Lichter. Das hat man heutzutage auch selten viel ihm ein, das Gefühl der Geborgenheit, wenn man aus einem Wald voller Räuber kommt und plötzlich die Lichter eines Dorfes sieht. Überhaupt hat man selten Zeiten, in denen man stets bewusst ist, dass man einfach nicht weiß, was in der nächsten Minute passieren wird. Ich mag die Zivilisation schon sehr, dachte er sich. Dann war er im Dorf. Keine Telefonzelle weit und breit. Ein Haus hatte noch Licht, er sah durch das Wohnzimmerfenster einen Mann, der sich Tennis im Fernsehen ansah. Er klingelte, trat ein paar Schritte von der Tür zurück damit der Mann nicht dachte, er wolle ihn vielleicht überfallen. Wie sah er eigentlich aus? Er hatte seit viereinhalb Wochen sein Gesicht nicht mehr gesehen. Die Tür ging auf. Ja, bitte? Entschuldigen Sie die späte Störung. Ich wollte Sie fragen, ob ich vielleicht telefonieren dürfte. Nach Hamburg. Ich möchte meine Frau anrufen. Ich wurde nämlich entführt und bin eben wieder freigelassen worden. Ich habe meine Frau angerufen, gesagt, ich bin's, ich bin frei. Ich rufe mir ein Taxi und bin dann in einer Dreiviertelstunde da. Kein Taxi, sagte sie. Sie wolle kommen, mich abholen und wir fliegen nach New York. Ich wollte aber nach Hause. 33 Tage herbeigesehnt, obwohl ich mir während der 33 Tage verboten hatte, mir diesen Moment auszumalen. Ich stehe vor unserer Haustür. ich klingle. Meine Frau öffnet mir und jetzt, jetzt könnte ich... Was? Wahrscheinlich weinen, vielleicht einfach umfallen. Nein, das nicht. Aber in den Armen meiner Frau sehr, sehr schwer werden. Die Spannung nicht mehr selber tragen. Und dann oder zuvor sie halten fest, ihre Anspannung auffangen. Nein, wir würden raufgehen zu unserem Sohn. Oder hat er mich gehört und kommt gerade die Treppe runter? Und wir sind alle drei an seinem Bett und halten einander fest. Dann ist die Polizei da, hat meine Frau dabei. Nein, keine Umarmungen, erst die Kleidung aus Gründen der Spurensicherung in diese Plastiksäcke. Wir gehen in einen Nebenraum, ich ziehe mich um, merke wieder, wie unsicher ich auf den Beinen bin. Dann umarmen wir einander. Fahrt ins Bundeswehrkrankenhaus. Dort eine mehr oder weniger gründliche Untersuchung. Derweil wurde mein Sohn mit einem Polizeiwagen gebracht. Kam fast zögernd in den Raum, in dem ich bereits von der Polizei vernommen wurde. Er hatte, wie ich später erfuhr, nicht mehr damit gerechnet, mich lebend wiederzusehen. Umarmung, so zärtlich wie möglich, so vatersohnsachlich wie nötig. Ein Blick auf meinen Bart, denn einen Rasierapparat hatte es im Keller nicht gegeben. Mein Sohn bekam tatsächlich einen fremden Vater zurück. Warum fahren wir eigentlich nach New York? Ob ich eine Ahnung habe, wie es zu Hause aussehe, als ob wir Greta Garbo zu Besuch hätten? Ganz klar wird es mir erst, als wir nach etwas über einer Woche wieder zurück sind und ich mir zögernd die Videoaufzeichnungen der TV-Berichterstattung ansehe. Die Vorstellung, ich hätte mit einem Taxi nach Hause kommen können, war absurd, um ein Geringes zu sagen. Blitzlichtattacken, hingestreckte Mikrofone, irgendwelche hingeschrieenen Standardfragen aller, wie fühlen Sie sich, Herr Rehmsma, haben Sie eine Ahnung, wer die Täter sind und Ähnliches. Man kommt nicht nach Hause, sondern ins Fernsehen. Es ist ein sonderbares Erlebnis, wenn das eigene Leben in Storys zerfällt, die dem jeweiligen Medium angepasst in der Öffentlichkeit erzählt werden. Es gibt für das eigene Leben kein Copyright, aber es ist leichter, sich mit allerlei missbräuchlichen Aneignungen abzufinden, wenn es irgendwo den eigenen Text gibt, auf den man dann zeigen kann. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Erlebnis wie die 33 Tage im Keller ein vielerweise beschädigtes Sensorium hinterlässt. Nervosität prägt den Tag. Plötzliche Geräusche erschrecken oder machen einen Verwut fast unsinnig. Das Geräusch eines Hundes im Gebüsch bewirkt, dass einem einen Augenblick schlecht wird vererinnern. Und dann, die gewohnten Kontinuitäten stellen sich ein, die Extreme verschleifen sich. Man lebt sich ein. Aber manchmal, von einem Moment auf den anderen, ist plötzlich der Keller wieder im Leben. Dann begann er zu gehen. Drei Schritte hin, drei Schritte her. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, hundert, zweihundert, dreihundert, vierhundert. Es gelang ihm noch zu hoffen, dass niemand hereinkäme und ihn sähe. Er hörte die Tür, hörte auf, hin und her zu laufen. Seine Frau sah ihm an, dass es ihm schlecht ging. Sie verstand ihn. Er merkte das, als er hilflos anfing zu weinen und endlich ebenso hilflos sagte, was er eigentlich jedem und jeder und aller Welt sagen wollte, damit man es endlich zur Kenntnis nehme. Es war so schrecklich, so schrecklich. Aber es half nichts. Nichts war vorbei. Nichts würde vorbei sein. Von einer Minute auf die andere konnte die Welt wieder einstürzen. Das ist die Wahrheit von 33 Tagen. In der Geschichte vom Flaschengeist aus Tausend und eine Nacht sagt der aus seiner Flasche befreite Geist seinem Retter, die ersten tausend Jahre habe er ihm alle Schätze der Welt versprochen. Aber jetzt wolle er ihn töten. Seit er im Keller gewesen ist, kann ich den Geist verstehen, ohne das wahrscheinlich plausibel machen zu können. Im Grunde geht es darum, dass man sich von einem bestimmten Moment an auf seine Befreiung nicht mehr richtig freuen kann. Die Fähigkeit, sich zu freuen, ist beschädigt. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere ist, dass man meint, in die Welt, in die man wieder entlassen wird, nicht mehr wirklich zu passen. Und der, der einen aus der Flasche oder dem Keller hinauslässt, rückt mit dem, der einen hereingebracht hat, gefährlich zusammen. Irgendwo in der jüdischen Tradition gibt es die Beschreibung des Zustandes nach dem Erscheinen des Messias. Alles sei wie zuvor, nur um ein winziges verschoben. Nicht erst seit meiner Entführung meine ich, dass die Utopien der Menschen ihre entstellten Ängste sind. Alles ist, wie es war, nur passt es mit mir nicht mehr zusammen. Als trüge ich eine Brille, die alles einen halben Zentimeter nach links oder rechts verschiebt. Ich kann nichts mehr greifen, der Tritt fast die Stufe nicht mehr oder als seien die Oberflächen der Dinge leicht gebogen, als würde nichts mehr Halt finden, das ich hinstellen möchte. Welt und ich passen nicht mehr. Das kann die beschriebene Form von psychisch-physischer Lähmung in Verbindung mit extremer Nervosität annehmen, die sogar körperliche Schmerzen erzeugt. Es kann aber auch die Form gänzlicher Gleichgültigkeit annehmen. Es ist alles tatsächlich unwichtig geworden, auch die Meinung, es sei alles unwichtig geworden. Dieser hat nämlich keine Spur von dem Pathos mehr, das in der Depression noch aufbewahrt ist. Der Depressive geht an oder in der Welt zugrunde. Aber wenn die Welt und ich nicht mehr zusammenpassen, dann bedeutet unwichtig werden nichts mehr, das sich durch ein besonderes Gefühl grundieren ließe. Sondern ist die bloße Tatsache, dass alles, was wichtig ist, in der Welt ist. Und ich bin eben nicht darin. So ist das also. So ist das. Der Keller bleibt im Leben und ist doch nicht zu einem Teil des Lebens zu machen. Er bleibt der zerstörerische Einbruch, die Vergewaltigung, die Exterritorialität, die plötzlich wieder da sein kann. Zuweilen gibt es Momente, in denen etwas wie eine Sehnsucht nach der reduzierten Situation aufkommt. Wenn das Leben zu schwierig und verglichen mit den Schwierigkeiten zu wenig lohnend erscheint, kann es sein, dass der Wunsch entsteht, wieder eine Kette am Fuß zu haben. wieder in einem sehr kleinen Raum zu sein, der so gut bekannt ist wie die ganze Welt nicht. Woher kommt dieser scheußliche Wunsch? Das ist ganz einfach. Im Keller hatten die Gefühle des Nicht-mehr-in-der-Welt-Seins ihren Ort. In der Welt haben sie keinen. Mit diesen Gefühlen bin ich nur im Keller zu Hause gewesen. Im Keller von Jan-Philipp Remzmer mit Günther Einbrot Funkbearbeitung Charlotte Dreefs-Bernstein Komposition Ronald Steckel Schnitt Wenke Decker Ton Peter Kainz Regieassistenz Heike Tauch Regie Ulrich Gerhardt Produktion Norddeutscher Rundfunk Senderfreies Berlin Feature Südwestfunk 1998 1998 Deutschlandradio Kultur Kriminalhörspiel Untertitelung 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 Bis zum nächsten Mal.